Naja, da kommt aber auch ein Boot hier vorne zu uns. Ja, oh, ich seh's, ja. Ey, ey, ey. Achtung. Wir sind gleich da. Ah, sauber, direkt tot. Wow. Oh, so instant. Ich hab zweimal geschossen, zwei Tode. Hey, warte, ich hab noch einen Final-Kill gekocht? Ja, okay. Ich hab fünfmal geschossen und beide sind tot. Wie witzig. Ich glaub, das explodiert, weil das brennt. Aiming. Wurde mal schauen wegen... Ja. Willst du mal wegen Loot? Sollen wir mal probieren, ob wir da dran kommen? Ey, hinter uns ist ein Drop im Wasser. Spoonz, hier hinter. Ich schwimm mal hin. Okay. Direkt hier hinter. Ist außerhalb. Ist außerhalb? Ja. Aber du kannst ihn, der ist nicht so viel außerhalb. Ich probier's mal, okay. Ist aber auch Loot. Guck mal, wir brauchen eigentlich Schalldämpfer. Ja, haben die alles? Ja, okay, komm, scheiß drauf. Oh, ich werd abgeschossen. Von wo denn? Vom Stein. Stein. Oh, der schießt doch auf mich. Wie, der ist doch... Der ist immer noch... Der ist noch innerhalb der Typ? Anscheinend. War noch ein Stein... Äh, ein Schelldämpfer. Ich hab jetzt einen Keraskop noch, aber mehr konnte ich nicht nehmen. War da noch ein Schalldämpfer? Äh, weiß ich nicht. Den anderen konnte ich nicht nehmen. Okay. Da hab ich keine Ahnung. Ja, ich guck mal hier oben jetzt, ob was kommt. Ringo, ich glaub am 9.6. 9.6. Hier kommt was, bei mir. Wo? Boot, irgendwie. Ein Boot? Okay. Ja, wir haben noch eine Minute. Da, hier zumindest ist was. Komm jetzt aber auch mal zu dir. Ja. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Vorsicht von den Steinen. Ja, ja, ich weiß. Ja, die werden's wahrscheinlich nicht mehr schaffen. 30 Sekunden, die müssen noch zum Boot. Glaub ich nicht, dass die das schaffen. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir jetzt einmal die falsche Abzweigung nehmen und an Leuten vorbeilaufen im Haus, sind wir tot, ne? Mhm. Du rennst auch viel zu weit vor, gerade. Ich bin nicht so nah hinter dir. Warte. Okay, jetzt bin ich bei dir. Okay. Also nicht Sonntag, nee, das wird ein Freitag. Wenn das jetzt noch First Person wär, dann wär das voll das krasse Feeling, Mann. Hast du auch so ein First Person Freund? Ja. Überleg mal jetzt. Hier so durch die Dinger laufen und dann... Kann damit gar nicht umgehen, aktuell, mit dem Field of View. Komm ich nicht mit klar. Sollen wir in die Hütte rein? Aber dann sind wir da gefangen. Warte. Sind da Leute drin? Nee, doch nicht. Ich sag grad so aus. Dacht schon, ey. Ja, ich find das immer doof in der Hütte. Eigentlich will ich hier nicht rein. Okay. Ich beschütz dich von außerhalb, okay? Jo. Ist man hier noch drin? Jo. Ah, geil. Ah, da müssen wir noch weiter laufen. Pass auf, die kleine Insel da auf, ne? Ja. Ja, im Wasser. Bin überlegen, jetzt schon die Vector nur zu nehmen. Ja, ich hatte auch grad meine Schotker nur rausgezogen. Wenn man rumläuft, ist das immer ein bisschen besser, aber man hat doch noch ne präzisere so. Oh, da läuft was am Stein, am Stein, am Stein. Ja, ich seh's hier am Strand rechts von uns. Oh, der hat mich gehittet. Ich muss mal kurz zurück. Der hat mir leider einen Headshot gegeben, der Typ. Echt? Wann? Wo? Da ist noch ein Zweiter. Zwei Leute sind ja da. Einer lief so. Rand oder wo? Auf der kleinen Insel, einer lief vorne am Rand, der andere war hinten an den Stein. Der hat mir einen Headshot gegeben. Äh, wir müssen los. 20 Sekunden noch. Ja, ich komm, ich komm. Ich hab mich eben kurz geboostet. Fuck, ich kann hier nicht drüber. Gib dir Rückendeckung, falls du schießen sollten. Die müssen aber auch eigentlich los jetzt. Ich hoffe, dass sie nicht, denk ich mal. Deiner hat den Ghillie. Mal lass uns reinrennen. Scheiß auf die. Es kann sein, dass die das doch schaffen. Ja, die sind hier schon direkt drauf. Wir müssen die töten. Ich werf eine Granate schon mal runter. An die Ecke des Hauses. Hinten sind auch echt lastig. Lass links laufen, bitte. Ja. Einer ist ausgenockt, aber noch einer hinten am Baum. Am Boot. Irgendwo rein in so ein Haus. Ja, werden wir müssen. Ich nehm die Shotgun. Da ist jemand vor die Tür. Die Tür ist aufgegangen. Ich hab ihn. Ja, okay. Sehr gut. Die am Strand waren, glaube ich, down dann, oder? Einer war gedowned, aber ich hab den Kill noch nicht bekommen. Ja. Nehmen wir das Vierfachscope von dem auch. Und Suppressor, SMG, sauber. Und sein Helm ist auch sehr gut. Sehr gut. Hat er noch ne gute Weste? Ne, okay. Ich hab den Kill nicht bekommen von dem Gilly, den ich gekillt hab. Ne, der hat dann irgendwie überlebt, Mann. Also ich hab den auch nicht bekommen. Ich hab noch mit drauf geschossen. Aber ich glaub nicht, dass der das überlebt hat. Kann ich mir nicht. Hier vorne ist einer down. Bei uns. Gerade gekillt worden. Ja, okay. Aus dem Haus, ja. Ist aus dem Haus gekillt worden, aber guck mal die Zone. 40 Sekunden. Ja, ja. Wir müssen gleich auf jeden Fall weiter. Wir können hier hinten doch raus, ne? Mhm. Also hier nicht, aber da. Hier ist knapp. Knapp. Geht das denn? Kommen wir hinten durch, oder? Ja. Ja. Aber links sind, glaub ich, auch Leute noch gewesen. Warte mal. Mal kurz hier. Ja, okay. Kommst du, oder nicht? Ja, komm, wir müssen. Ja, hier hinten kommen Leute. Ja. Ja. Ganz links sind, sind Spieler. Da, siehst du den? Siehst du den? Hier war ja noch einer in dem Haus. Vor dem hab ich gerade auch ein bisschen Schiss. Weißt du? Hier war doch noch einer. Aber wie war denn es längert? Z-Ring falsch angestellt? Guck mal hier. Oh, warte mal. Ah, fuck. Ich bin falsch. Was ist denn? Z-Ring falsch? Ne, ich bin, ich stehe falsch. So. Das ist ganz wichtig. Da vorne. Granate ist raus. Eine raus. Eine ist ausgenockt. Eine hab ich. Schön. Ich hörst noch eine Granate hier. Ich hab auch eine geworfen. Was ist hinter uns? Könnte noch einer kommen hier? Ne, oder? Ne. Okay. Da liegen noch Kisten. Ich guck mal, ob hier was drin ist. Immer noch ausgenockt. Ich hab noch keinen Kill bekommen. Okay. Hat er noch eine Nade? Leider nicht. Es sind noch relativ viele Leute am Leben, ne? Also noch fünf andere. Hier vorne könnten die direkt hinter dem Hügel sein, ne? Theoretisch. Ah, wir müssen gleich vor. So, ich guck mal, ob ich dann auch noch was machen kann. Ich hab grad null Killz. Äh, hier in dem Busch rechts ist, glaub ich, einer. Sauber gesehen. Rückgesehens. Ich schieße auf den und meine Schwester treffen mich. Komm, wir müssen vor. Ja, da pushen welche von raus. Töten? Ja. Ja, wir haben's. Ja. Wir haben's. Easy. Match finished. Wer sind die Sieger? Natürlich. Spoons und Venkat. Boah, natürlich. Was ist ein Siegelschrei, Spoons? Ich hoffe, der schießt jetzt die ganze Zeit weiter. Bis wir da sind. Dann machen wir einen Crossbow-Achtfach-Scope-Kill. Ich weiß nicht, was der Bullet-Drop ist von der Crossbow. Da! Mal, lass uns mal gucken, ob wir das schaffen mit dem Achtfach-Scope hier. Ah, das passt natürlich nicht drauf, aber vierfach. Warte mal. Nein, 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 nicht wegrennen. Du standest die ganze Zeit still. Na, natürlich nicht. Vielleicht will man das auf 200 stellen. Also mit 200 draufballern. Da, wartet. Haben wir den überhaupt getroffen? Weil der rührt sich überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben den nicht mal getroffen. Ich weiß nicht, was das so ist. Bei der... Crossbow. Holy fuck. Der hat mich echt noch gesehen. Hab ich gar nicht mitgerechnet. Oh, schützt auf mich. Pass hier weg. Das ist sogar ein Karabiner. Deswegen kann ich hier nicht stehen bleiben. Der zerstört mir noch meinen Helm, ey. Ja, so 20 Meter hatte ich auch irgendwie so gedacht. Irgendwie, dass das so um die 20 Meter sind oder so. Kein Plan. Das war, was ich so innerlich, was ich so selbst geschätzt habe. So 20 Meter. Keine Ahnung. Okay. Okay. Boah, hier ist schon direkt wieder der nächste Zone. Direkt im Kreis. Oh, wir sind schon wieder hier. Schon wieder der Kreis. YOLO, du Niffer. Was ist denn ein Niffer? Aber minus Brain. Vielen, vielen Dank für 20, Mann. Vielen, vielen Dank für deinen Support, noch von. Danke dir sehr. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, der habe ich nicht gesehen. Schon wieder die Leute, die in den Turm gehen, jetzt 100 pro hier, oder? Ja, der ist im Turm drin. Immer diese Turmgeher. Nee, das ist eklig, das Scope. Oh, rausgeleckt. Oh. Oh. Da schießt doch jemand auf mich noch. Mach schnell weg hier. Oh. Mann. Kann ich weiter meine Nähe halten hier? Keiner will in meiner Nähe halten. Schade aber auch. Echt schade. Schade Marmelade. Greedy. Ich bin, ich bin immer kill greedy. Ich stehe halt einfach da drauf, auch Leute zu töten. Das ist das Problem. Wenn ich merke, da oben ist ein Typ, dann muss ich da auch irgendwie hin und den töten. Auch wenn das gar nicht taktisch das Klügste ist. Ich bin einfach killgeil. Manchmal. Manchmal übermannt es mich. Gucken wir mal, ob jemand reingerannt kommt, ha? Links von mir ist auf jeden Fall nix. Wir nehmen unser Auto auch gleich, wenn es weiter geht. Ne, sieht nicht so aus, als ob hier was kommt. Warte mal, jetzt ist jemand mit einem Schall gedämpfte Waffe. Hier unten. Wo ist der? Der war nicht so weit weg, oder? Oh, jetzt kommt das von da? Seht ihr, wie OP der Schalldämpfer ist? Krass, Mann. Ich sage jetzt erst, dass kennen wir das von da, aber jetzt kommt das von da. So viel Leben noch für uns Intense, Mann. Für den Kreis viele, ne? Bist du... Gerade haben noch richtig irgendwie 40 Leute, dass ich hier reingefahren bin. Warte mal, warte mal. Ist da... Da ist doch ein Spieler. Warte mal ganz kurz. Hier muss ich töten. Nur noch 20 Sekunden. Holy. Wer hat auf den geschossen? So, ich muss mir mal eben meinen Wagen auch holen. Ich glaube, der ist tot. Also, der andere Typ hat dem, glaube ich, ein bisschen zugesetzt. Der hat den getroffen. Ich habe den getroffen. Zona hat aber auch ein Tempo drauf. Der ist so laut, ne? Auch wenn man nicht, äh... Wenn man kein Gas gibt, sozusagen, ist der richtig laut. Scheiße, ein paar Typen muss sterben. Ich weiß nicht, ob der hier stehen bleibt. Nacht, der fährt vorbei. Scheiße. Das ist schade. Das ist schade. So, jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Also, ich versuche gleich nochmal, den Crossbow-Kill irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, ich tue lieber das Vierfach-Scope drauf. Äh, das Zweifach-Scope drauf. Das reicht, glaube ich. Der verfliegt ja eh nicht so weit. Da unten sind welche. Ich habe gar nicht so viel Muni. Minus Brain. Vielen, vielen Dank für deinen Sub, mein Freund. Willkommen in meinem Paradies. Denk dran, dass du die Seite refreshen musst und auf Share drücken musst, damit der Alert kommt. Ich glaube, dafür brauchen wir einen neuen Befehl, Mann. Keine Ahnung, warum die das umgestellt haben. Das ist echt doof. Aber wenn du einen Alert willst, dann musst du refreshen und Share klicken. Anders geht das nicht. Last Kill mit dem Crossbow. Erstmal gucken, ob wir so weit kommen, ne? Bisher sind wir ja nur irgendwie Top 10 und Top 5 Guard und so gewesen. Wir müssen an diesem Berg vorbei. Furchtbar. Foo Bar ist das. Foo Bar. Warte, da ist doch einer. Da ist doch einer. Der hat mich gesehen. Und da oben ist einer. Da oben ist einer gewesen. Gefährlich, ey. Der Typ da oben, der nervt mich jetzt. Dass der da ist, ist voll doof für mich. Der soll mich mal nicht sehen oder hören, der Typ. Okay, wo ist der? Da ist er. Da ist er. Ich jage den. Wenn der gleich irgendwo steht, können wir einen Crossbow-Kilfe... Holy Shit, Alter. Kommt der auf einmal wieder zurück? No, ich hab keinen Platz. So. Von hier jetzt ein Crossbow-Kilfe zum in den Turm rein. Wäre cool. Oder? Oder sind welche am Turm? Warte mal. Ach, scheiße. Immer wenn wir es versuchen wollen. Und der Schuss kam 100 Pro aus dem Turm auf den. Da wird nicht mein Arsch drauf. Oh, wartet. Wie kann er nicht tot sein? What the fuck? Oh oh. Nicht zu hocken. Oh oh. Jetzt ist er tot. Oh, da vorne. Da vorne liegt einer. Du Arsch. Scheiße. Ich kann ja nicht durchschießen. Es sollte Bullet Penetration geben, meiner Meinung nach. Bei sowas wie so kleinen Zentimeter... Noch nicht mal einen Zentimeter dicken Blechdingern. Sollte man durchschießen können, meiner Meinung nach. Wir haben ihn. Haha. Durch das Loch bekommen. Rabies, Babies. Da ist, glaube ich, einer in der Ecke vom Haus drin, oder was? Oder mit wem hat der da gekämpft? Noch zwei. Ich glaube, einer ist noch an dem Haus. In der Ecke und stirbt gleich am Kreis, oder irgendwie sowas. Talentro! Morphing Time! Talentro, Mann! Vielen, vielen Dank für sechs Monate Treue im Oma-Paradies. Danke, Talentro. Danke dir. It's Morphing Time! Könnte da sein, aber ich bin mir nicht sicher. Typ also, ein scheiß Typ. Da. Okay, letzt... Nicht mehr gesehen. Crossbow? Versuchen wir es. Versuchen wir mal einen Crossbow-Kill. Ah, wartet. Ich probiere es, okay? Habe ich eigentlich eine Granate? Yo. Ah, der läuft jetzt. Shit. Der ist in der Zone drin. Der versucht eine Granate zu werfen, die kommt eh nicht an. Leider spielt es die Zeit nicht, äh... meine Verbündeter so. Scheiße, kommt gar nicht an, das Ding. Au. Ah, ich dachte, ich hätte auch vollautomatisch gestellt. Das hat mich jetzt fast gekillt. Ich dachte, ich hätte auch voll... Aber der war schnell down. Vielleicht hat uns... Ey, vielleicht hat unser Crossbow den getötet. Der war nach zwei Hits down. Also, ich meine, vielleicht haben wir den gehittet. Mit dem Crossbow. Das wäre witzig, oder? Das wäre witzig, oder? Ich glaube, ich hätte auch vollautomatisch gestellt. Ja. Ja. Ja.